Ja, willkommen zu Breath of Fire, in welchem wir jetzt zum weißen Baum gehen wollen, bevor wir uns hier weiter aufhalten. Ja, willkommen zu diesem weißen Baum, den finden wir in der Region um Simafort, also von da aus gelangen wir am leichtesten dorthin, beziehungsweise von der Wahlhöhle aus, die ist ja auch nicht weit weg von Simafort. Was dabei wirklich wichtig ist, ist das, nämlich, dass sich die beiden nur durchstreiten können mit Aspada. Oder Spar, wie ich ihn nenne. So, wir haben ein paar Grizzlies, dann hauen wir mal kurz ein paar auf die Mitte. Ja, wir haben uns hier eher wenig. Ja, 12, der zieht natürlich nicht viel ab Spar, müsste man jetzt aufleveln, aufpowern, bin ich jetzt aber gerade nicht gewählt zu, denn ich hätte ja sowieso nur eine lange Pause drin. Spielversorgung ist der Feind, ich wollte jetzt erstmal das abarbeiten, was ich abarbeiten kann. Und, ähm, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt werde ich dann sowieso nochmal leveln müssen. Schade. Ja, hat er nicht mal Punkte gekriegt. Oder sowas. Okay. Das war ein schlauer Grizzly. Weiser Baum. Spar ist zurückgekehrt. Dies hier sind die Menschen, die deine Hilfe brauchen. Um herauszufinden, was mit dem Gewalt... Dem Gewalt, genau. Mit dem Wild by Gate geschah. Weiser Baum, bitte sprich zu uns. Was geschieht nur mit dieser Welt und was ist das für ein Dämon? Oh, du bist spät, Spar. Du hast dir so viel Zeit gelassen, zurückzukommen. Ich habe all die wichtigen Dinge vergessen. Ähm. Wenn ich mich an nichts mehr erinnern kann, dann ist das deine Schuld, Spar. Und damit... Tu mir einen Gefallen, besorg mir eine Therapieflöte aus Tundan. Oder leise dir, besser gesagt. Wenn wir sie haben, kannst du meine Gedanken gehen und meine Erinnerungen zurückholen. Ja, und damit haben wir eine super lange Mini-Aufgabe erledigt. Wir sind zum Weisen Baum gegangen. Nein, eigentlich kommt jetzt ein großer oder ein längerer Teil. Eine längere Aufgabe, denn... Wir müssen jetzt halt diese Földe suchen, das bringt reichen Komplikationen mit dir Freunde. Und viele Dungeons. Ja, das war zu. Gut. Dann... Können wir uns schon... ... mit einem guten alten Spar wieder ausschalten. Ähm... ... und... ... mit Rand, Jean und... ... Danis Lassi hier weitermachen. Hast du irgendwas gesagt? Wir verstehen... ... dich nicht, wenn du nicht in Tönen redest. Also... ... Melodien, wahrscheinlich. Yeah, Leute, seid auf einer Reise. Wir werden eure Sprache hier nicht verstehen, in diesem Land. Du siehst, wenn du hier mit jemandem sprechen müsstest, dann... ... musst du ein Musikinstrument mitbringen. Und es muss etwas wirklich spektakuläres sein. Wie die... ... Famous Blues... ... äh, aus Haiford. Ja, die Famöse... ... Föte, wollte ich gerade sagen. Ähm, verstanden? Dann... ... seh euch. Okay. Und Haiford... ... meine Lieben, ist die Heimat der Highlander. Zu denen steht unser harter Freund mit den langen Armen. Ähm, jetzt müssen wir nochmal... ... einen kleinen Team-Check machen. Ja, Rant ist wie immer schlecht ausgerüstet. Er findet auch gar nicht mehr so viele Rüstungsgegenstände im Spiel. Ich bin hyped auf die Steinenrüstung, aber dafür müssen wir... ... wahrscheinlich 2 Milliarden Golems töten, bis ich die dann irgendwann durch Zufall mal erhalte. Ja, das ist ziemlich der Scheiße. Ähm... Ja, und damit denkt... ... oder deswegen denke ich, können wir mit dem Begriff, was wir jetzt haben, los. Beziehungsweise wir werden... ... ähm... ... vorher... ... nochmal... ... und sagt, ganz warten... ... und nochmal ein paar... ... ja... ... die Teams kaufen... ... und eigentlich habe ich glaube ich schon wieder vergessen, welches... ... welches davon ich jetzt gerade brauche. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich sie sehe. Ähm, es war glaube ich... ... Shave Eyes. Das kaufen wir uns voll... ... und ähm... ... warten wir uns nach Township... ... wo ich eine kleine... ... 2 Minuten Unterbrechung mache, die ihr nicht seht. Ähm... ... also ich lasse das Video jetzt weiterlaufen... ... mir zu faul, mich nach vorne zu beugen, um auf die... ... Aufnahme... ... oder Stopptaste zu drücken. Ähm... ... ja... ... genau... ... dann werden wir nochmal... ... unsere Magie... ... äh... ... unsere Charaktere aplanen... ... indem wir ins... ... äh... ... in unser... ... Heim gehen und... ... ähm... ... speichern... ... und dann gehen wir auf der High vor. Also... ... wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So... ... und da sind wir wieder. Und damit... ... laden wir kurz die Energie auf. So... ... und... ... speichern... ... und dann machen wir uns auf. So... ... und... ... speichern... ... und dann machen wir uns auf. So... ... stellen wir uns nochmal... ... um. So... ... ja... ... das sieht gut aus. So... ... das sieht gut aus. So... ... da ist nicht hervorragend. So... ... dann haben wir auch den guten... ... Rand in der Mitte stehen... ... und bewegen uns auf nach Simaford... ... äh... ... nach Simaford sag ich schon... ... nach Highland... ... uah... ... und auch ein bisschen Slalom... ... als hätten wir was getrunken... ... aber natürlich nicht. ... ja... ... dann müssen wir mal gucken... ... demnächst... ... was ist denn... ... wir haben ja unsere Stadt erweitert... ... was wir für Leute finden können... ... eine Person weiter ist definitiv schon... ... so... ... hier haben wir den ersten Gegner... ... der hier kommt... ... der super Pollen... ... was wir wollen... ... aber eigentlich würden... ... gleich welche kommen... ... neue... ... ein Steingohle... ... den nehmen wir auch gerne mit... ... schließlich kann der eventuell... ... das... ... geben was wir gerne wollen... ... ich hätte... ... ja... ... nochmal... ... eine Schamankombo... ... mit zu den machen sollen... ... aber was sei es... ... zu spät... ... ach mach du mal... ... er gibt natürlich keine Steinrüstung... ... so auch hier ganz nervig... ... hier gibt es auch wieder diese... ... Dienerfunks... ... die es auf der... ... insel... ... auf Teamland auch gibt... ... wir haben zwar neue... ... das sind Basilisken... ... den hauen wir jetzt mal... ... ordentlich... ... ein paar auf die Grütze... ... würde ich sagen... ... ach 0... ... könnte man ja eigentlich... ... ich weiß nicht mehr... ... ob wir noch zum Schlafen kommen... ... das ist schade... ... ich hätte es immer benutzt... ... aber lassen wir das lieber... ... ja... ... hauen wir den erstmal kaputt... ... ja... ... sehr schön... ... gut... ... das ist ja... ... Konter... ... nicht die größte Herausforderung hier... ... damit haben wir die ersten Gegner... ... von dieser Stelle weg... ... ähm... ... ich würde sagen... ... ich beschleunige den Weg... ... nach Haltwort mal... ... uuuh... ... uuuh... ... bin ich gut... ... yo... ... yo... ... yo... ... habt ihr das gesehen? Klasse oder? Und da wenn der Herr... ... der sehr viele Punkte gibt... ... den musst du bloß erstmal... ... platt kriegen... ... bevor er sich verpinkelt... ... ja... ... super... ... hat geklappt... ... ja... ... ja... ... ja...